Es ist Ende 2021, alle dachten, wir gehen locker über die 100.000 drüber, sind wir aber nicht. Ganz klar, nein. Ist das Stock-to-Flow-Modell also gescheitert? Gucken wir uns das mal im Detail an. Kia ora, liebe Kryptonauten, wir haben alle gedacht, oder ganz, ganz viele haben gedacht, ey, der Bitcoin-Preis ist jetzt bei 50.000 Anfang des Jahres, der geht auf jeden Fall dieses Jahr, ey, das ist ja nur noch eine Verdopplung auf über 100.000 und damit wären wir doch genau im Stock-to-Flow-Modell. Nach dem Halving müssen wir doch auf jeden Fall bei 100.000 im Durchschnitt rauskommen. Lass uns mal reingucken, was Plan B, der Erfinder oder der Autor von Stock-to-Flow-Modell überhaupt gesagt hat und dann können wir auch ganz valide nachprüfen, stimmt das? Ist das Modell gescheitert, ist es vorüber oder gibt es vielleicht doch noch irgendwo ein Hintertürchen? Wie sieht es überhaupt damit aus? So, wir sind jetzt hier auf der Seite planbtc.com, also ein kleines Wortspiel hier. Plan B oder der Twitter-Handle ist dann auch at 100 trillion US-Dollar, weil eben die These da ist, dass irgendwann Bitcoin eine Marktkapitalisierung von ungefähr 100 trillion, also Billionen Dollar haben wird. Aktuell sind wir noch bei ungefähr einer Milliarde oder im Englischen One Trillion. Das heißt, wir müssen noch mal ungefähr 100x gehen. Das ist heute nicht das Thema, sondern wie ist der aktuelle Stand 2021? 2021 tingeln wir so um und bei 50.000 US-Dollar rum. Ist damit das Stock-to-Flow-Modell gescheitert oder nicht? Wir sehen hier verschiedene Sachen, die hier abgebildet sind. Plan B Articles und den ersten Modeling Bitcoin Value with Scarcity, Stock-to-Flow-Modell. Den gucken wir uns hier mal an und dann landen wir bei medium.com at 100 trillion US-Dollar slash Modeling Bitcoin Value with Scarcity und dann bla bla bla. Also, ganz spannend. Wann kam der Artikel hier raus? Im Mai 2019, also vor zweieinhalb Jahren oder ein bisschen länger sogar her. So, dann kommt erstmal eine Einleitung. Wie ist das denn hier? Was ist Scarcity? Was ist Stock-to-Flow? Darüber sprechen wir heute nicht. Das haben wir an anderer Stelle schon erzählt. Was ist alles hier Stock-to-Flow-Modell? Hier gibt es eine kurze Übersicht. Da waren wir noch. You are here also bei 12,5 Bitcoin pro Block. Jetzt sind wir hier also schon nach dem Halving bei 6,25. Value. Nochmal der Model erklärt. Ich glaube, die Grafik ist ja auch schon vielen bekannt. Wir switchen noch weiter. Und dann kommt hier nämlich der entscheidende Punkt. The predicted market price of Bitcoin after May 2020 Halving is 1 trillion USD. which translate in Bitcoin price of 55,000 USD. Also, die vorausgesagte Marktkapitalisierung von Bitcoin nach dem Halving in ungefähr Mai 2020 und tatsächlich ist es ja so eingetreten, ist es im Mai 2020 gewesen, wird ungefähr eine Billion, Entschuldigung bitte, eine Billion US-Dollar sein. Welches übersetzt ist im Bitcoin-Preis, also in der Äquivalenz, es ist ja alle Bitcoins zusammen ergeben eine Billion und ein Bitcoin würde also 55.000 Dollar kosten. Danach schreibt er, this is quite spectacular, also es ist wirklich spektakulär. Wir müssen uns mal erinnern, Mai 2020, äh, 2019, das war ja noch weit vor Corona, wo der noch mal abgestürzt ist, aber da waren wir noch im vierstelligen Bereich. Also, das ist schon heftig, dann jetzt zu sagen, das wird sich vor sechsfachen halt der Preis. I guess time will tell and we will probably know one or two years after the halving, also Mai 2020, in 2020 or 2021. A great out of a sample test for the hypothesis of the model. Genau, also eine gute Möglichkeit hier, das Modell zu testen und wir werden es eigentlich dann erst im Jahr 2020 oder 2021 sehen, ob denn dieser Preis von 55.000 Dollar wirklich standhaft ist. Leute, das ist doch ein Knaller, oder? Also, der schreibt im Mai 2019, dass wir beim Preis von ungefähr 55.000 Dollar sein werden. Wir sind jetzt gerade bei 50.000 Dollar. Wir waren schon mal auf kurz unter 70.000 Dollar, dann sind wir wieder runter auf, weiß nicht, 40 oder so, aber wir pendeln um den Preis rum, also für eine Vorhersage für zweieinhalb Jahre in die Zukunft, muss ich sagen, ist das super genau. Aus meiner Sicht gibt es dann überhaupt gar keinen Grund zu sagen, das Stock-to-Flow-Model ist gescheitert. Plan B hat ja auch mit einem anderen Modell gesagt, im November 2021 würden wir dann halt bei 98.000 US-Dollar sein und im Dezember 135.000 Dollar. Dieses Modell passt nicht, das müssen wir ganz klar sagen, aber das heißt ja nicht, dass das andere Modell weiterhin passt. Und das große Modell von Plan B ist Stock-to-Flow-Model und das passt wie der Arsch auf einmal. Hammer Prediction im Mai 2019, sagt er für den aktuellen Zeitpunkt voraus, 55.000 Dollar und wir stehen jetzt bei 50.000 Dollar. Schlussfolgerung, Stock-to-Flow-Model hält absolut valide. Wir werden noch viel höhere Preise sehen laut diesem Stock-to-Flow-Model und wenn das auch in der Zukunft hält, dann werden wir diese Preise sehen. Geiles Ergebnis.